hallo leute da bin ich wieder für eine halbe stunde für euch verfügbar länger geht nicht zumindest nicht viel länger weil herrwegen ihr wisst schon festhalten größe und so so mal sehen wir haben hier glas ja ist schon gut glas ist in ordnung na klar kann ich ruhig so lassen erst mal obwohl ach komm ich lasse es so denn ich mache jetzt ja eh erst mal hier rum und außerdem ja okay pulverized iron das schmeiße ich gleich da rein so mining drill da brauche ich fünf stück für und normalen chips hat ja das ist einfach genug das ist einfach genug das muss ich nur gucken bestens dann könnte ich übrigens auch mal mehr machen später wenn ich mir mal ein hausbau oder so ja falls ich mir mal ein haus baue ich komme hier ganz gut zurecht bisher so aber jetzt kann ich erst mal noch ein bisschen kohle klein machen und zwar 20 stück mehr geht nicht ne ne ja schade aber gut so gut ja alles sehr schön nur muss ich auch mal schauen wo was ja genau mining drill und da war noch was was ich bauen wollte relativ dringend übrigens ich brauch zehn stahl machen weil ich mir zwei mining duels machen will aber dazu später dazu später ok advanced ja goldkabel und schlaf und schlaf so so einfach genug würde ich sagen und eine ae battery da will ich hier noch eine da muss ich mir mal noch neuer machen machen weil eben ja ich bin ziemlich knapp was zehn angeht ja oder oder habe ich hier noch irgendwo ach da habe ich noch zehn so wie war das noch ähm redstone fehlt noch gut okay das wird auch langsam so okay jetzt habe ich noch glowstone den habe ich ja auch irgendwo ähm wie immer wie ich immer alles irgendwo habe ähm ihr seht schon das ist hier der bessere allein schon ja gut naja sieht man jetzt nicht unbedingt so offensichtlich ja so ähm so und was noch advanced man ich könnte auch mal die sachen aufheben die ich brauche es wäre vielleicht ein anfang davon muss ich wirklich nur einen machen mehr brauche ich davon nicht ach ja genau so ähm was ist jetzt das problem glowstone staub okay der ist aufgeladen aber daran kann es ja nicht liegen dass der in dem bild aufgeladen ist normalerweise obwohl irgendwie sind die wenn sie noch nicht aufgeladen waren stapelbar und ähm so könnte das schon irgend irgendwas aussagen wer weiß so mach ich mir noch mal stahl schön 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 und jetzt muss ich mal gucken ob das mittlerweile geladen ist wahrscheinlich schon so so ja geht okay meinetwegen ach so stimmt ja ich brauche ja zwei kohle um ein ding einzuschmelzen aber ich bekomme genug raus so ist es nicht es wird nicht knapp oder es sagen wir zumindest es reicht knapp ist es schon ein bisschen ähm so mining drill so 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 oh da muss ich noch eine eu battery aufladen weil sonst habe ich sonst habe ich da wieder ein problem und aufgeladen zack ja das geht ziemlich schnell mhm ähm das war ein normaler zock und kein advance oder ja natürlich kann ja nie mal was so sein mal dass ich ja ähm redstone und we find iron we find iron ist kein problem habe ich vielleicht sogar dabei nein habe ich nicht aber egal habe ich hier oh redstone habe ich hier in der kiste so so iron und sechs davon hä so mining drill gut jetzt kann ich wirklich hier mal ein bisschen was weglegen ähm also alles was ich nicht instant brauchen werde ähm und dafür nehme ich hier dann mit die dinge hier den hier das hier das hier ähm ich sehe auch gehabt ich habe noch was vergessen mehr oder weniger vergessen ach komm und zwar hier muss ich noch mehr dinge ins Meer besorgen noch im kohle noch mehr kohle ach das hier nehme ich natürlich auch mit ähm kohle hier habe ich auch noch feuerstein merke ich so kohle gut äh quatsch brauche ich ja gar nicht so das ist jetzt genug kohle so genug kohle ist natürlich nicht ganz wahr genug kohle kann man nie haben ui das braucht ordentlich das verbraucht ordentlich energie das merke ich schon moment ich mache das mal aus weil so geht es ja nicht weiter da der ist schon fast angebracht den dings hier an zu hin zu setzen den kernreaktor mir vielleicht nicht die schlechteste idee einfach hier so hin keine sorge der fliegt mir nicht hoch das auf keinen fall was war das denn ja was das jetzt war ist mir klar ich kann ja mal hier ein bisschen rumlaufen das ist ja irgendwas ist da ich glaube dann